Das Grüne, diese grüne Farbe hat uns dadurch bewegt, dass wir ein Teil aus unserem Frühlingsprogramm für Sie vorbereiten wollen. Aus unserem Frühlingsprogramm, aus unserer Folkloregruppe. Obwohl Tschernobyl viel Grausames und viel Schwarzes in sich hat, haben wir viele fröhliche Momente im Leben und das Leben geht weiter und das Grüne schaut sowieso und kommt sowieso ans Licht. Und das wollen wir mit unseren Musikstücken Ihnen präsentieren. Musik 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 Vielen Dank. CDU steht. FDP auf dem Kopf. Mischar aus Minsk in der Regierung in Deutschland. Bierfahrt von Stefan Wensel. Sieht ihn euch an, euren Lehrer in Minsk. Das glaubt kein Mensch. Das glaubt kein Mensch. Das war's. Das war's. Oh, das ist ja, das ist du schon. Das war's. 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 Gennady Zalazimirovich, wir werden eine gemeinsame Fotografie machen.